Ich hab's geschafft! Das war gar nicht zu schwierig. Das nächste Level! Wie viel das gibt noch? Oh, nee, das war ein Fail. Das war eindeutig ein Fail. Oh, Scheiße! Ich sollte nicht zu nah an dem Ding sein, wenn es abschießt. Nein, nicht zu nah an dem Ding sein, ich war ziemlich weit weg, aber ich hab verkackt! Literally. So. Uh! Nein! Wieso? Diese Level hab ich gesehen, wie das jemand einen Speedrun gemacht hat. Puh, ich verloch! Ich hab' keine Ketten! Nein! Ich hab' das verkackt! Das macht keinen Sinn! Das ist fast im Griff! Oh, nein! Ich hab' das auch verkackt! Nein! Mein Sohn! Nein! Nein, mein Sohn! Das geht nicht! Nein! Nein, das geht auch nicht! Mein Sohn, das geht einfach nicht! Ähm! Oh! Oh, das war epic! Guck! Wir haben das zuvor! Dann! Dann! Wie bitte? so muss das mit mir passieren ich habe es auch nicht wochen ich habe es einfach verkackt ich weiß wie ich durch die Rakete durchkommen und ohne Probleme sie besiegen kann oh nein nicht so das war falsch und jetzt sollte nicht allzu schritten du hirnchen nein 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 das ist so schwierig nein ich glaube es nicht komm das kann ich ja ach so jetzt habe ich es geschafft ok das war irgendwie komm sie hat ihn weg pusset mit pusset der Boss kommt Boss bereit Droni Droni los gehts super die Grafik nein wie heißt sie Bandage nein ich habe die Dings übersprungen nein nein zurück zurück ähm nein nein zurück zur Karte so zurück zur Karte ok so tut mir leid tut mir leid Leute ich mach das nochmal dann sieht man die Geschichten nicht nein das ist nicht so gut jetzt gut das Blut Kinder ausbinden er ist auf dem auf dem auf dem auf dem WC und das ist ein das Stöcke das Stöcke das Stöcke wow 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 mein fuck brownie es ist ein Stück Schatz es ist wie ah ein Stück Scheiße mit weißen Zähnen das Stöcke das es ist die 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 kreft die die Ich glaube ich kann auch so schnell sein wie der andere da. Nein. Ich glaube so schnell, ich glaube der schafft es automatisch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiss eigentlich gar nicht. Der macht ein scheisse Ding. Nein, du solltest einfach einfach runter gehen. Das sollte gut sein. So, ich kann meine schon praktisch ausfahren. So. Ich könnte einfach so runter gehen nicht mehr. Ganz einfach. So. Nein. Weiß nicht. Ich bin schneller als im Sack. Naja, bitte. Ich habe es schon nicht gemacht. Ich kann mich schon elegant machen. Ganz viel schneller wenn ich aber... Kommt da, was kommt da runter? Oh, ich muss da gar nicht... Oh, Scheiße. Ganz kurz voll. So, ich muss mich stressen. Ich muss mich stressen. Nein. Ich muss mich nicht mehr stressen. Ich muss mich nicht mehr stressen. Wir schlafen! Also. Ufff! Ich komme mal nochmal und dann richtig durchschossen. Oh! Schnell aufschossen! Nein! Nein! Ich schaffte es! So! Lass ihn nicht durchschossen! So! Alles schön! Machen! So! So schön! Ne, total! Oh, ich habe es geschafft! Mh! Mh! So! Einmal gucken! Ausfiegelmasse! Mh! Guck dir denn auch, wenn ich auch renne! Sonst kommt er nicht nach! Du schaffst es nicht, meine Stück Scheiße! Mein liebes Brownie! Ich weiß, dass du es nicht kannst! Du bist nicht so ein Meat Boy wie ich! Du bist ein Scheiß Boy! Wortwörtlich! Du bist ein Scheiß Boy! Weil du auch Scheiße bist! Das ist nicht so scheiße! Der Dr. Fetus hingeschissen hat! Du bist eine Kreation von Dr. Fetus! Du kamst aus seinem Arsch! Das hat sich nicht so gut! Das hat sich nicht so gut! Das ist nicht so übelg! So tut es nicht! So tut es nicht! Das tut es nicht! nicht allzu schräg sein schwierig nicht mehr reden sprechen deutsch ich glaube ich glaube ich glaube ich kann ich dann Superjump machen wenn ein Supermeetboy der Superjumps machen kann wieso kann ich den Anfang nicht mehr machen wieso kann ich diesen Teil nicht mehr machen das ist irgendwie nicht so schnell ich weiß nicht ob ich schaue wir können dann direkt einen Punkt machen und fröhlich frei ja ich bin scheiß langsam ich muss schneller sein wenn ich dieses monströse ähm Ding das gleich muss ich wie ich siegen will muss ich schnell sein jeder Wind wie Dr. Fetus Kreation selbst das ist eine Kreation ist sehr das ist ein Arsch Arbeiten die 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 und soweit weiß es ist jetzt Jakalaka in diesem Moment am Artifiat zu das hat hier denn er hat geschrieben er wollte lieber an seinem wieder dabei als meinem nein nein ah ja wie geht der durch geht der mit einem geheimen Weg oder so ich bin völlig blöd und gehen den falschen Weg durch eigentlich bin ich wahrscheinlich nicht einfach verboten dort durchzulegen wahrscheinlich weil er ein Stück Scheiße ist komponiert ich brauche ich nicht ein Stück Scheiße schweben ein Stück Scheiße kann hier schweben ich versuche mich nicht zu stressen ja nicht er ist nur ein MIE das ist nicht alles ein Scheißboy das können wir halten von Scheißboy Scheißboy Scheiß BOOL 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 BOOL